Hallo und ein herzliches Willkommen zum Midi-Spiele-Mittwoch mit Emi und Mami. Schönen guten Tag. Und wir sind bei Hypixel. Bad Wars. Ja, Emi hat ja letzte Woche schon angekündigt, wir machen Bad Wars. Nächste Woche machen wir etwas anderes. Was wissen wir noch nicht genau? Da schauen wir nochmal eure Kommentare vom letzten Mittwoch durch. Da waren ganz viele Vorschläge bei. Und da werden wir uns auf jeden Fall etwas raussuchen und gucken. Ich muss mal schauen, vielleicht schreibe ich da auch noch eine Liste oder so. Ich werde mal schauen, wie wir das am besten regeln. Wir müssen auf jeden Fall mal, wie heißt das? Ich habe keine Ahnung. Cravity spielen auf Hive. Das ist so, da muss man, so wie freier Fall eigentlich. Gut, machen wir. Wir sind zwei Personen, also auch ein Dubbel, Double, Double. Double, aha. Also dann spielen wir nur zu zweit, ja? Du kannst da nicht rein, wenn ich die Party gegründet habe. Dann muss ich sie machen. Ja, Emmi nimmt mich wieder an die Hand und versucht aus mir einen halbwegs passablen Spieler zu machen. Ich spiele das ja oft mit der Sebastische, wenn er keinen Bock hat, spiele ich es alleine. Ja. Los, go, wir sind Team Rot. Und jetzt? Achso, Bettbeschützung. Das heißt, Sachen sammeln. Bau du mal, ich sammle, ich sammle. Oh Gott, die dunklen ist. Ich sammle. Hier, ich gebe dir. Hier ist auch eine Truhe, da können wir beide reingucken. Hier kannst du nur reingucken. Ah, okay. Also nicht so wie auf Gorme, da kann ich ein Team. Was kann ich kaufen, was sollte ich kaufen? Wolle, da sind die Teamer. Ja, was soll ich kaufen? Auf jeden Fall was, um unser Bett zu, also Endstone oder so am besten. Obsidian kann ich nur mit, also Endstein, ja? Ja. Der lässt sich am schlechtesten abbauen, oder wie? Der lässt sich nicht am schlechtesten abbauen, aber der ist halt sicher als Wolle. Denn Wolle lässt sich sehr schnell. Ich brauche nur noch ein Gold, dann gehe ich in die Mitte. Bitte. Danke. Da kommt irgendjemand schon angelatscht. Wo? Aber ich glaube, das war nicht ganz, also war nicht bei uns. Ich stehe hier einfach und sammle die Dinge ein. Ich finde, ich habe einen guten Job. Also ich mag meinen Job. Hä? Hä? Was? Äh, oh. Wo gehst du denn hin? In die Mitte. Wir brauchen doch auch Diamanten. Aha. Die lässt mich hier alleine. Hä? Ich glaube, die Frau ist irre. Du musst das Bett einbauen. Ja, ich bin schon dran. Ich habe nur dir immer alles gegeben. Ich konnte überhaupt nichts machen. Hier musst du ja auch. Ich bin tot, ich bin tot. Pass auf, pass auf. Mama, unser Bett ist nicht eingebaut. Ja. Geht das so schnell? Das geht so schnell. Nein. Wir müssten unser Bett einbauen. Äh, uch. Okay. Pass auf. Das war, ähm, können wir hier raus und neu joinen? Können wir schon, wenn... Ich werde jetzt eh ge... Okay. Ach, du bist tot. Okay. Ähm. Ähm, was willst du denn für eine Mod? Ähm, ähm, Map. Das ist mir völlig egal. Wir sollten nur, äh, von vornherein klarstellen, äh, dass ich das Bett einbaue und du abzischt. Ja, weil ich habe das jetzt, äh, irgendwie falsch verstanden. Ich habe gedacht, ich gebe dir alles und, äh, du machst das dann. Okay? So können wir es auch machen. Nein, nein, das ist schon okay. Also, such mal was Neues raus. Ich mache jetzt einfach mal zufällig. Okay. Okay, zufällig ist gut. Äh. Solange wir zu zweit sind. Ja. Die ist eigentlich ganz cool. Das sind Hochhäuser. Ah. Ah, okay. Und... Da kann man das sehen. Ja, genau. Und hier ist Rotfot. Top. Bitte? Top. Rof. Top heißt die. Ah, Rooftop. Ein Hamburger. Ein Hamburger. Oh mein Gott, ein Hamburger. Mama, ein Hamburger. Mhm. Ein Hamburger. Okay. So, jetzt habe ich es verstanden. Geh weg da. Ich brauche, äh, ich brauche Geld. Ich brauche, äh, glaube ich, zwölf oder dreizehn Stück. Du brauchst nur Gold, ja? Ich brauche Gold und ein bisschen Eisen, aber das habe ich jetzt. Nee, Eisen geht nicht. Geh weg. Aber Gold. Kriege ich Gold? Ich habe nur einen Goldblock. Wie kaufe ich denn diese blöden Blöcke? Mit Rechtsklick. Der gibt mir die nicht. Du, äh, Mama, guck, du musst, darf ich mal? Ja. Du musst ja auch gucken, wie viel die kosten. Ah, oh. Okay. Alles klar. Sie ist jetzt auch schon ein paar... Also, ich bin schon etwas älter. Und sie war lange nicht mehr online. Und ich war wirklich lange nicht mehr online. Also hier und habe ganz viel, ganz lange keinerlei Minigames mehr gemacht, weil ich einfach, ja, andere Dinge getan habe. Ich kann dir Gold geben. Ja, gib mir Gold. Wenn du mir Eisen gibst. Okay, ich gebe dir Eisen. Und du mir Gold. Ich brauche drei Gold. Sechs. Uh. Zum Glück war das nicht unser Bett. Ja, ich bin ja dran. Das einzubauen. Ich kaufe mir ein Dings. Und dann gehe ich jetzt mit der... Ich gehe zu der Dir-Quelle. Okay. Dir-Quelle. Ich wünsche dir viel Spaß. Lass mich mal ruhig alleine. Ich habe jetzt schon Schiss. Noch ist alles sicher. Obwohl, unsere Nachbarn können auch von der Seite kommen. Grün lebt noch, aber Rot auch. Okay. Wenn Grün oder Rot nicht mehr lebt, ja, die sind ja neben uns. Da müssen wir uns da hinbauen. Und dann, ähm, die Sachen abfahndeln. Denn die Dings, die... Da, wo die Sachen immer rauskommen, läuft immer noch. Okay. Ich bagge auch. Ich habe für Dias... Ich baue unser Bett jetzt ein wie eine Bekloppte ein. Ihr könnt euch drauf verlassen. Obsidian ist ja immer noch das Stärkste. Ja, aber da brauchst du das Maragde für. Ich meine, hallo, wer hat denn sowas? Willst du lieber Ironforge oder Sharpness, damit man sich besser verteidigen kann? Äh, das ist minimal. Das entscheide mal du. Wir nehmen Sharpness. Der Profi drinnen, nicht ich. Alter, oh, huch, ich habe nichts gesagt. Du gehörst dir her. Ich habe schon, ich habe schon Dings, weißt du? Den Block, der schimpft. Ich habe schon, schon, äh, ja, Hallos. Halluzination? Was war das für ein Geräusch? Das Bett ist... Ein grüner, ein grüner, ein grüner. Wo, 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 wo? Ich habe ihn gekillt, alles gut. Mit Sharpness kann ich ihn besser killen. Ich hätte gerne einen Bogen, wenn das möglich ist, naja. Das ist möglich. So, jetzt hole ich hier erst mal. Ähm, was, was sollen wir denn noch machen? Ich komme hier nicht mal rein, Mama. Du musst unser Eingang natürlich auch nur ein bisschen freilassen. Okay, guck mal, wir machen hier einfach Leitern hin. Geht nicht. Weil das schon in der, ähm, weil du sonst in die Dings baust und das darf man nicht. Okay. Wir lassen die eine Seite hier offen. Reicht uns das? Ja, ne? Die eine Seite hier reicht. Ja. Äh, it's a trap, damit er blind ist. Also, oder Heephole, damit wir etwas schneller regenerieren. Ja. Heephole? Ja, ich denke, ne? Ja, wir sind schon ganz gut ausgerüstet. Gut, das ist schön. Ich gehe jetzt weiter. Und hier lasse ich jetzt offen, damit wir da durch können. Ich bagge die ganze Zeit zurück, dass du, wie ätzend das ist. Ja? Nein, du bringst nicht die Dias zurück. Ah, lieber nicht. Der will mich locken. So, also ich glaube, von oben habe ich tatsächlich genug, äh, das Bett eingebaut, oder? Wie siehst du das? Äh, du bist bestimmt die Einzige, die so doll das Bett einbaut. Ja. Aber hey. So. Immerhin. Ich habe jetzt noch ein bisschen was. Mal gucken, kann ich irgendwas, äh, kaufen an tollen Sachen von unseren... Hier gibt es ja auch Waffen. Bogen. Oh, Bogen finde ich gut. Ich habe keine Blöcke mehr. 12 Gold. 24 Gold. 2 Gold. Ich gehe. Mama, helf mir. Ich habe keine Blöcke mehr. Und die Grünen, warum das Bett zu... Ein Grüner kommt, Mama. Ja, komm her. Ich warte hier. Warum? Wo bist du denn? Äh, äh, äh. Boah, der baut hier unser Dings ab, dass wir nicht mehr wegkommen. Aber das ist schon okay. Das ist schon okay. Mach du nur. Ich habe dich im Blick, Junge. Ich komme auch nicht mehr nach Hause, Mama. Geh da hin und verdresch ihn. Du musst ihn ja nur runterschmeißen. Ja, nur. Du musst ihn ja nur runterschmeißen, sagt sie. Oder töten. Oder töten. Ich komme da nicht hin. Sagt sie. Ich komme auch nicht zu dem hin. Der kann mich runterschmeißen. Das kannst du vergessen. Da komme ich momentan nicht ran, aber ich habe gleich meinen Bogen voll. Wie viel brauche ich, dass du denn noch? Ich glaube, ich habe einen Bogen. Okay, ich muss jetzt meine Blöcke hier hinten abbauen. Zwölf Gold. Ich habe noch vier, aber ich komme eben nicht nach Hause. So, jetzt habe ich einen Bogen weiter. Die sind nach unten gefallen. Bringst du mir jetzt gleich Dings? Ähm, Blöcke? Ich habe keine Blöcke. Dann kauf dir Blöcke. Ich habe nur noch einen Block und der hilft mir nicht viel. So, also hier kommt man wieder durch. Gut, ich hole Blöcke. Ich weiß ja auch gar nicht, wo du bist. Das grüne Bett wurde er zerstört. Halleluja. Wie lasse ich dir denn Blöcke zukommen, Mensch? Du baust dich hoch, baust hier einen Weg hin und fertig. Verdammt. Ich habe irgendwas gekauft, was ich nicht wollte. Was denn? Wahrscheinlich ein Leib. Warum Endstone? Ja, es war gerade greifbar. Endstone ist so teuer. Ach so, Entschuldigung. Ja, das ist halt ein Flussbesuch. Ich bin tot. Bleib bloß in der Base. Äh, dort. Mama, töte ihn. Wenigstens bin ich jetzt wieder zu Hause. Sie ist runtergefallen. Ja, ist die runtergefallen? Die ist runtergefallen. Ah, wie cool ist das denn? So. Ich höre mir Dears. Ach, gibt's hier Dears? Ja, ich gehe in die Grünlebt nicht mehr. Das heißt, ich kann da hin. Schön. Und guck, jetzt haben die Grüne halt richtig viel in der Chest gehabt. Sogar noch hier in der normalen Kiste. Ja, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Gelb leben die noch? Gelb leben noch, ja. Ah ja, ich sehe sie auch. Das siehst du auch hier hinten. Blau und gelb. Die hat mich aber nicht gesehen. Haha. Selber schuld, sag ich nur. Mama. Ich bin gestorben. Mit deinem Bogen? Ja. Oh Gott, ich auch. Verdammt. Ein Grauer kämpft gegen sie. Mama, komm mal her. Ja, Mama ist schon da. Du kannst dir einen neuen Bogen kaufen, wenn du willst. Ja. Fast. Oh Mann. Leute, warum treffe ich nicht? Habe ich den gekillt? Habe ich den getötet? Habe ich den echt getötet? Oh, ich habe jemanden getötet. Ich muss jetzt schnell weg. Oh, wie viel. Oh, jetzt wollen wir gar nicht in die Hose. Du hast aber hier Pool hier. Das heißt, wenn jemand hier reinkommt, dann hast du schon... Ich habe zwei Diamanten und einen Starzakt. Sie ist unsichtbar, Mama. Wer ist unsichtbar? Die Brille ist unsichtbar. Die Brille? Ne, ist sie doch nicht mehr. Doch nicht mehr. Oh, das bist du. Guck mal hier, kauf mal was davon. Ich sagte doch, sie ist unsichtbar. Ich habe zwei Diamanten und... Nein, Mama. Jetzt nicht. Ah, ich bin tot. Unser Bett ist weg? Unser... Warum stehen die hier... Ja, dann baut mich doch ein. Das ist ja voll, äh... Die fiese Aktion. Also, Bad Wars ist ja nicht so mein Ding, ne? Sie... Aber ich habe hier Pool hier. Ja, aber es bringt dir ja auf Dauer nicht viel. Die kämpfen ja nicht richtig gegen mich. Spiel vorbei. Wenigstens waren wir die Zweiten, die... Gelb hat gewonnen? Ja. Wenigstens waren wir die Vorletzten. Echt? Ja, wir waren die Vorletzten. Echt? Wow. Ja, okay. Okay, eins machen wir noch. Und dann, äh... Alles gut? Nein, meine Nerven sind völlig am Ende. Welche Map? Oh, nein, nicht die. Völlig, völlig wurscht. Nicht die. Können wir lieben und deine andere, die ist... Mach, mach wie du willst. Ich komme ja sowieso mit. Ich bin jetzt in der Lobby. Du kannst einfach stehen bleiben. Ja? Ja. Dann werde ich hier einfach getötet, oder wie? Nö. Jetzt gibt es das Team nicht mehr. Okay. Alles klar. Die ist schon besser. Aber was ist denn das hier? Hallo. 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 Hallo, mein Freund. Hallo, Mama. Ich muss sagen, Bad Wars ist ja so ein Ding, äh, überhaupt, PvP ist ja so ein Ding, da bin ich ja grottenschlecht. Ne? Also, schon immer gewesen, egal in welchem Spiel. Wir sind die schönste Farbe, Mama. Ja, toll. Wir sind Aqua. Wir sind Aqua. Nein, pink ist die schönste, immer noch. Ja. Ich mach bis hier ein Disco. So, was kriege ich denn hier? Ach, guck mal, hier kriege ich schon 16 Wolle. Das ist doch schon mal was. Eigentlich bringt das ja gar nichts, das Bett so hoch einzubauen, ne? Du musst nur dick. Dick, genau. Dick oder tief. Weil, guck, du hast hoch, aber tief. Also, nicht so breit. Ja, ja, also, so langsam, so langsam, äh, verstehe ich's ja. Ne? Weil, die kommen ja von der einen Seite und bauen sich dann da rein, ne? Ich hab zwei Dears, ich komm nach Hause. Irgendjemand ist aus der Welt gefallen? Haha. Hast du das Spiel auf, äh, Deutsch? Äh, ja. Ich auch. Also, immer, wenn's irgendwie geht, auf Deutsch. Ich kann nur Dings holen, äh, Eisen, Eisenschmiede heißt das. Also, mach das doch. Eisenforge. Ja? So kriegen wir mehr Eisen. Okay. Übrigens, äh, verstehe ich solche Sachen, wie Eisenforge, ja? Es ist mir klar, dass das Eisenschmiede heißt. Ich brauch Blöcke, ich brauch Blöcke. Ja, dann mach das doch. Hab ich auch vor. Denn ich will Weiß killen. Der wascht geradezu pink, deswegen wasch ich jetzt ihn. Einfach nur so. Weil er doof ist. Das pinke Team ist schon eliminiert. Ja. Also, pink ist dann doch keine tolle Farbe. Ach, geht das wieder los? Okay. So, ich baue jetzt das Bett heute mal nicht so dick ein hier. Ja? Warum nicht? Weil du vorhin mit mir geschimpft hast. Warum habe ich... Weil ich angeblich alles zugebaut habe. Mama. Du musst nur einen kleinen Weg hier offen lassen, damit wir hier noch durchkommen. Ja. Sonst kommen wir nicht mehr durch und können nichts machen. So, ich würde mir jetzt aber ganz gerne eine Waffe besorgen. Ja, dann besorg dir doch. Um den Mist hier zu... Nein, ach, Upgrade's will ich doch nicht wieder aufwassen haben. Da. Ähm. Wie viel Gold hast du? Äh, neun. Gibst du mir ein? Oder fünf? Oder fünf? Ne, vier. Ja, nimm hin. Ist okay. Danke. Ich brauche noch ein Gold. Hab ich voll. Du darfst jetzt bloß nicht sterben, Mama. Ich versuch's. Da kommt jemand. Wer? Äh. Welche Farbe? Äh, gar keine Farbe anscheinend. Ich hab mich wohl verguckt. Nur weil's weiß ist? Glaub ich, oder? So, schauen wir mal. Gold. Zwölf Gold brauchen. Hast du noch ein bisschen Eisen für mich? Ja, Eisen habe ich ohne Ende. Nur kein Gold. Ich brauche Gold. Ich gehe jetzt, äh, zu Team White. Ja, äh, wie soll ich das machen? Soll ich auch rumrein oder soll ich lieber hier bleiben und, äh, beschützt... Bleib lieber hier und beschützt. Okay. Du bist hier nützlich, ja? Hast du mir jetzt aber ganz nett, äh, mitgeteilt, dass ich, äh, dass ich, äh, nichts taube. Guck, das macht sie immer. Wenn ich was sage, dann macht sie gleich was Negatives daraus. Ja, ich bin schon, ich bin schon echt schlimm. Das ist sie wirklich. Ja, bin ich, tatsächlich. Und sie hat ja recht. Welches, welche Farbe haben wir, äh, äh, äh... Aqua. Aqua. Also... Ja, ja, schon klar. Wie ich schon sagte, es gibt Dinge, die verstehe ich noch. Dann gucken, es kann ja eigentlich nur jemand von da kommen. Ich werde gekillt. Das tämmt man. Craften kann man ja nichts, ne? Nee, craften nix. Oh Mann, jetzt bauen die das Bett wieder zu. Ich hatte es mit TNT freigesprengt, aber sie haben mich gekillt. Oh, da kommt jemand. Oh oh. Warum baust du so viele Dinger hier hin? Er ist getriggert. Er kann nix sehen. Los, fall doch! Ist er gefallen? Er ist gefallen. Warum machst du so viele Wege? Den hab ich vor abzubauen. Ich brauch nur noch ein bisschen Eisen. Alter Schwede, ey. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich bin runtergefallen. Ja, ich auch. Runtergesprungen, besser gesagt. So. Gib mir mal noch ein paar Pfeile, bitte. Ein paar Pfeile kosten acht. Acht Pfeile kosten zwei. Ja, der kommt schon wieder hier. Ah, damit hat er aber nicht mit mir gerechnet. Oh, verdammt, verdammt. Oh, danke. Ich muss den Weg jetzt abbauen. Ja, mach den da mal weg. Ich wäre beinahe wieder runtergefallen. Wie kann ich denn regenerieren? Er ist einfach runtergefallen. Gesundheit meine ich. Wie kann ich Gesundheit regenerieren? Kann man hier keine Zäune kaufen? Nee, warum? Goldener Apfel, oh. TNT, Enderperle, Wasser, Heimer, Feuerball. Was, was kaufe ich denn jetzt am besten, um hier das zu verteidigen? Am besten irgendein Upgrade mit Dias. Ja, Dias habe ich ja nun nicht. Da müsste ich da rüber. Ich gehe Dias holen. Jetzt muss ich unser Bett kurzfristig alleine lassen. Ja, ich habe den Weg jetzt zur Hälfte abgebaut. Alter Schwede, alter Schwede. Emi, 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 Emi. Was, was? Ich habe hier Diamanten geholt. Eihihihi. Mama. Gib mir die, gib mir die. Oh, wie cool. Ich habe hier in der Truhe nämlich noch welche. Da. Was holen wir? Gold? Ja. Gold und Heal. Und noch Instructwrap, damit der wieder blind ist. Ich hoffe, die. Der kommt wieder. Zu zweit? Ja. Das heißt, einmal Trap fahre ich nicht. Ich habe so viele Ressourcen. Ich darf jetzt nicht sterben. Warum können wir uns denn im Team schlagen? Das finde ich nicht gut. Das können wir nicht. Nein? Boah, du Penner. Der hat auch einen Bogen. Du musst treffen. Ja, hör, treff mal. Ich habe auch kaum noch Pfeile. Ich habe kaum mehr Leben. Ja, geht mir auch so. Sie sind runter. Mama. Ich bin voll zu zweit drauf. Zu zweit drauf, komm. Voll gebackt gerade, ey. Du hast ihn getötet. Mami, du hast ihn getötet. Warum wir ein Team schlagen können. Ich gehe aufs Dach. Und ich baue den Weg gleich vom Dach ab. Okay. Sind Sie da? Ja. Dann hole ich mir ein Eisenschwert, ein paar Blöcke, lass mir schön zeigen. Kommt runter. Nein, kommt gar nicht runter. Der hat mich geschubst. Ich bin gestorben. Du bist alleine. Unser Bett ist aber noch da. Hast du ihn weg? Ich habe ihn gekillt. Oh Gott sei Dank. Siehst du da auch im Chat? Ich sehe gar nichts. Ich bin einfach nur... Bist du bescheuert? Ja, genau. So kann man das nennen. So, ich brauche jetzt mal irgendwas Besseres hier. Ein Steinschwert. Das ist doch schon mal was. Ein Eisenschwert. Hol dir ein... Kann ich nicht. Da ist jemand. Du hast ihn wieder gekillt. Ja, so langsam wäre ich gut. Ich habe nur noch ein halbes Herz, Mama. Nein. Dann hol dir doch mal irgendwas anderes. Ich hole mir einen Goldapfel. Ja, genau. Mama, unser Bett ist nicht sicher. Wieso nicht? Na, weil... Warum habe ich jetzt zwei gegessen? Oh! Da schießt jemand. Ich habe keinen Bogen mehr. Aber ich hole mir jetzt wieder einen. Oder ich hole mir so einen Stick. So einen Kickstick. Ja, genau. Ich hole mir so einen Kickstick. Ich mag die. Ja, kick die. Kick die runter. Die müssen ja sowieso herkommen, wenn sie ans Bett. Komm, ich gehe hoch. Die machen so viel Damage. Das ist wahrscheinlich ein Bogen, die sie viel... Oh, die stehen da oben drauf. Siehst du das? Ich glaube, der lenkt uns nur ab. Ich gehe wieder nach unten. Ja, ich bleibe hier oben. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Was hast du denn gemacht? Die haben was gesprengt mit einer Feuerkugel. Ah, cool. Das kann ich aber auch. Ich habe gerade genug zusammen... Ich habe auch 50 Eisen. Ich habe gleich zwei gekauft. 50? Wie kannst du zwei mit 50 kaufen? Naja, 50 Eisen. Plus 50 Eisen. Scheiße. Der hat sich geboostet mit den... Mama, ich bin tot. Mama. Pass auf, die sind auf unserem Dach. Ich bin da. Nein, nein, Mama, Mama, Mama. Okay, unser Bett ist tot. Oh, das ging aber schnell. Wie kommt man denn da so schnell rein? Ja, es hat eben nicht ein... Mit einer Spitzhacke. Ah, okay. Ja, klar. Ein, zwei, drei und hoch. Scheiße. Scheiße. Die Kugel ging voll daneben. Ich verstecke mich jetzt in einem Versteck. Und sneak dann gleich. Hör auf, meine Mama zu schlagen. Ah, deine Mama hat nichts mehr. Oh. Nee, tränke will ich nicht. Wir dürfen nichts in der Truhe haben. Sonst schnappen sie das, wenn wir tot sind. Okay. Sie kommen wieder. Okay. Ja, ich bin aber so gut wie tot schon. Ja, das war's. Ich wurde eliminiert. Ich habe jetzt die Sachen rausgeschmissen, bevor ich tot war. Denn dann kriegen sie die nicht. Weil die dann weg sind. Ah, okay. Du bist ja eine ganz gemeine. Was soll denn das? Warum falle ich denn hier immer durchs Loch? Ah, okay. Jetzt hört es auf. Okay. Gut, dann lass uns mal zurück in die Lobby gehen. Komm, stelle ich. Ich glaube, ähm, hä? Du slash Lobby. Gut. So. Okay, dann, äh, puh. Also, ich habe mich mal wieder voll zum Affen gemacht. Ich muss dringend üben. Ich glaube, ich werde heimlich üben. Und gucken, ob ich das irgendwie hinkriege, besser zu werden im PvP. Obwohl, ich finde, so schlecht habe ich mich gar nicht geschlagen. Nein, check. Gut, dann würde ich jetzt sagen, beenden wir für diesen Mittwoch. Und nächsten Mittwoch sehen wir uns dann bei einem anderen Spiel auf einem anderen Server. Und, ja. Ich würde sagen, bis denn. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.